Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Mein Name ist DaVinci Jeremy, ich bin hier in Miami, es ist etwas bewölkt heute, nicht so sonnig, aber das ist in Ordnung. Ich bin glücklich, weil ich in der Krypto-Szene bin und das ist der Ort, um zu sein. Das ist der einfache Weg, um Geld zu machen, wenn du schlau bist, unintelligent und natürlich, wenn du nicht irgendwas Unüberlegtes machst, wie zum Beispiel in eine sehr riskante Kryptowährung investieren und das dann hebeln. Kauft einfach die Kryptowährung, tu sie zur Seite und vielleicht könnt ihr die Little Old Lady Strategy machen. Wenn ihr nicht wisst, was die Little Old Lady Strategy ist, es ist eine einfache Methode, wie du in die Kryptowährung investieren kannst und dadurch profitierst. Du verkaufst die Hälfte bei einer Verdopplung und das ist ein einfacher Prozess. Und wenn du das lernen möchtest, wie man das macht, geht rüber zu www.davincicodes.net-videos und dann könnt ihr euch die Videos da ansehen und das Ganze lernen. Oh Mann, ich bin sehr aufgeregt heute, weil ich möchte darüber reden, über dieses große Thema, was wirklich wichtig ist für mich. Sechs Gründe, nicht eins, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Sechs Gründe, warum du deine Krypto von den Exchanges nehmen solltest. Das ist sehr wichtig, dass du das weißt. Und lern, wie du deine Kryptowährung benutzt. Weil als erstes, du lernst etwas Cooles, etwas Neues. Es ist immer ein Pluspunkt, was Neues dazu zu lernen, um sich zu verbessern und immer versuchen, besser zu werden, in den Sachen, die dich weiterbringen und die dir helfen am Ende. Also geht sicher, dass ihr das tut. Nehmt eure Zeit, um das alles zu lernen. Weil das wird dich nur zu einer besseren Person machen. Okay, mit dem gesagt, wenn ihr irgendwas seht oder ich über irgendwas rede, was du kaufen sollst oder was ich kaufe oder ein Freund von mir kauft oder irgendwie sowas, das ist kein finanzieller Rat. Bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor ihr irgendein Geld in den Markt steckt. Okay, lasst uns anfangen mit den Krypto-Bubbles und ihr könnt sehen, AXS ist wieder etwas runtergekommen. Von der Spitze, es war in dem Tausender-Bereich, gepreist in Bitcoin. Und ein neuer Coin, PREP, der ist 90% hoch, gepreist in Bitcoin und Luna geht zum Mond. Oh wow. Es ist 111% hoch, gepreist in Bitcoin. Weil das ist sehr wichtig. Ich weiß, sehr viele von euch preisen das gerne in US-Dollar. Aber wisst ihr was, mir gefällt das nicht. Warum ist das so? Weil ich möchte nicht mehr Dollar verdienen. Und ich möchte nicht in Dollar sparen. Überhaupt nicht. Weil es eine Währung ist, die stirbt. Warum sollte ich an einem sinkenden Schiff festhalten? Das macht überhaupt keinen Sinn. So wie ja. Ich bin auf der Titanic. Und ich habe es geschafft, auf ein Rettungsschiff zu kommen. Aber es sieht so aus, als ob die Titanic wieder hochkommt. Lass mich wieder drauf springen. What? Das ist einfach nur schwachsinnig. Ich würde lieber auf dem Rettungsschiff bleiben, was Bitcoin ist. Oh wow. Okay, also, denkt dran. Ihr könnt mehr Bitcoin verdienen, indem ihr die Little Old Lady Strategy benutzt. Indem ihr rübergeht auf diese Internetseite www.davinci-codes.net-videos. Und da lernt ihr die Little Old Lady Strategy. Also, lass uns anfangen mit dem Thema der Sendung. 6 Gründe, warum du deine Kryptowährung von den Exchanges nehmen solltest. Okay, also, wir werden uns diese Gründe ansehen. Wenn sich deine Coins auf einer Exchange befinden, benötigst du Erlaubnis von der Börse, um sie auszugeben. Und wenn du sie in deiner eigenen Obhut hast, kannst du tun und lassen, was du willst. Und kannst zahlen, wann immer du willst und an wen du wünschst. Zu deiner gewünschten Gebühr. Okay. Also, hier gibt es so viel Erklären in diesem Satz. Und jedes Mal, ich habe sehr viele Exchanges. Und wenn ich auf eine Exchange gehe, um irgendwie es zu benutzen, die Hälfte von der Zeit fragt es mich, ja, du musst noch KYC machen und wir müssen wissen, wo du das Geld herst. Ich habe euch gerade gesagt, wo ich das Geld herbe. Nein, nein, du musstest das nochmal sagen. Sonst geht das hier nicht weiter. Aber du kannst das Geld einfach einzahlen. Zahl so viel ein, wie du willst, aber du wirst da nicht rankommen. Und das ist schwachsinnig. Und dann hast du diese Exchanges, die sagen, du brauchst keinen KYC. Überhaupt nicht. Nein, 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 keinen KYC. Aber du kannst nur eine kleine Menge abheben, alle 24 Stunden. Und wir haben eine hohe Gebühr. Also wenn du was abheben musst. Also wir haben eine sehr hohe Gebühr, die fixiert ist. Ja, ja, ich weiß. Wir hauen alles raus und wir zahlen sehr viel weniger. Aber das ist unser Profit. Ein Teil von unserem Profit. Also wenn du deine eigenen Kryptowährungen besitzt, dann kannst du entscheiden, wann du sendest. Und es gibt niemanden, der dir sagt, nein, nein, heute kannst du keine Bitcoin schicken, weil du deinen KYC noch nicht abgeschlossen hast. Nein, nein, das wird nicht passieren. Oder heute kannst du keine Bitcoin schicken, weil wir heute Reparaturen machen auf dem System hier. Also du kannst nichts schicken gerade. Das passiert nicht. Oder Wisst ihr was? Uff. Wir haben vielleicht ein paar Bitcoin verloren. Und wir müssen jetzt für eine bestimmte Zeit dein Konto einfrieren. Das wird nicht passieren. Also geht sicher, dass ihr eure Bitcoin besitzt, dass das nicht eintrifft. Oh Mann. Das ist einfach ein trauriger Tag, wenn die Leute ihre Bitcoin auf einer Exchange lassen und dieser Exchange einfach wegläuft mit diesem Geld. Mir gefällt das nicht, dass das passiert, aber das passiert immer wieder. Okay, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Ihre Coins sind möglicherweise nicht da. Was sie sehen, ist ein Versprechen, dass wenn sie nach ihrem Bitcoin fragen, es ihnen gegeben wird. Aber wenn die Börse gehackt wird oder der CEO seinen Tod vortäuscht und die Private Keys nimmt oder die Regierung eingreift, können alle Coins weg sein. Also das hat wirklich viel Inhalt. Und diese Exchanges, wie zum Beispiel, sie erwähnen hier Blockchain.com, sie täuschen dich, in dass du deine Private Keys hast, aber die hast du nicht. Diese zwölf Wörter sind einfach nur ein Passwort, um dich einzuloggen, um ein Seed Phrase zu generieren. Aber das ist nicht der eigentliche Seed Phrase. Also glaube nicht, dass das dein Seed Phrase ist und dein Key, dass du deine Bitcoin irgendwo anders generieren kannst. Nein, das ist Fake. Und auch Exchanges. Leute haben mir gesagt, weißt du was, ich habe diese Private Keys. Das ist mein Private Key von meinem Binance. Und ich habe mir das angesehen und habe gesagt, ey Typ, das ist dein API Key. Vertausch das nicht. Diese Exchanges geben dir keinen Private Key. Also du musst deine Bitcoin nehmen und selber besitzen, direkt. Also, downloadet euch einfach BitPay. Das ist dem Wallet, den ich vertraue jetzt gerade. Geh drüber zu deinem App Store und finde BitPay. B-I-T-P-A-Y. Und downloade das. Folge den Anweisungen. Ich habe sogar Videos davon. Schaut euch meine Videos an, wie man BitPay benutzt. Ich werde dich Schritt für Schritt da durchnehmen. Wie du das einstellst, die Links sind in der Beschreibung von dem Video. Schaut euch das an und macht es einfach. Tut euch einen Gefallen. Öffnet einfach ein BitPay Wallet, auch wenn du gar keine Bitcoin reinmachst. Öffne das erstmal. Und dann folgst du den Anweisungen und ganz besonders meinen Anweisungen in dem Video. Weil sie werden dich davon hindern, Geld zu verlieren. Dass ihr keine Fehler macht. Okay, also. Und natürlich auch, es gibt sehr viele Exchanges, die untergegangen sind in der Vergangenheit. Denkt dran. MT-GOX, Quadriga-X. Und ich wusste, dass sie untergehen. Weil ich habe das benutzt. Weil das ist eine kanadische Exchange. Und dann ist es mir aufgefallen. Weil es ist sehr offensichtlich, wenn eine Exchange kollabiert. Sie verringern das Auszahllimit. Sie haben Probleme mit Fiat und mit Krypto-Auszahlung. Und das ist einfach ein ganz klares Signal, dass du rennen solltest. Und ich bin gerannt von Quadriga-CX. Kryptopia. Oh Mann, Kryptopia. Also sie waren eine neuseeländische Exchange. Sie haben 40.000 Dollar von meinen Altcoins genommen. Und jetzt sind sie höchstwahrscheinlich noch mehr wert. Weil diese Coins nicht tot sind. Und ich muss eigentlich recherchieren, ob ich mein Geld zurückbekommen kann. Oder meine Coins. Oder irgendwas. Von Kryptopia. Ich weiß, ich habe ein paar Listen ausgefüllt. Das letzte Mal, als ich mich eingeloggt habe. Aber oh Mann. Ich warte immer noch darauf, dass ich irgendwas zurückbekomme. Weil sie haben sehr viele Assets. Und sehr viel Krypto. Und wir bekommen natürlich unser Geld zuerst zurück. Bevor irgendjemand anders sie bekommt. Aber wer weiß, wann das sein wird. Weil jetzt gerade MT-GOX. Die Leute haben immer noch nicht ihr Geld bekommen. Noch gar nichts. Von den Rechtsanwälten. Also ihr wisst nicht, wann das eintrifft. Wann du das bekommst. Und wann du das Geld je wieder siehst. Und das ist jetzt schon 2014. Januar 2014. Das sind 7, 8 Jahre schon. Eigentlich sind das 7 Jahre. Und das geht auf die 8 Jahre zu. Also das ist schwachsinnig. Binance wurde sogar gehackt. Sie wurden um 40 Millionen erleichtert. Aber haben jeden entschädigt. Also du willst nicht. Du willst nicht in dieser Position stecken. Oder auch eine türkische Exchange. Da ist jemand mit 2 Milliarden US-Dollar Wert an Bitcoin abgehauen. Oh mein Gott. Ich kann mir das nicht vorstellen. So zu leben. Oh. Ich werde jetzt 2 Milliarden Dollar Wert an Kryptowährung klauen von den Leuten. Und damit wegrennen. Ich meine. Als erstes. Ich liebe es mit Leuten zu interagieren. Du kannst dich nicht mit Leuten mehr unterhalten. Du darfst keine Freunde haben. Und du musst Leibwächter haben, die dich beschützen. Das ist kein Leben. Ich verstehe das nicht. Wie die Leute sowas machen können. Mit anderen Leuten das Geld wegrennen. Weil es wird immer Leute geben. Verrückte Leute. Deren Geld du geklaut hast. Und sie werden versuchen dich zu verletzen. Also das ist keine Option. Ich verstehe das nicht. Dass Leute so etwas tun können. Aber manche Leute machen sowas. Ich meine, selbst ich wurde beklaut von jemand, wo ich dachte, das Seminar steht. Okay. Nummer 3. Wenn Coins auf der Börse bleiben, können sie Teilreserven vergeben, was das Angebot an Bitcoin effektiv aufbläht. Wenn es zu einem Massenabzug der Öffentlichkeit kommt, können Börsen pleite gehen. Wenn sie nicht die versprochenen Coins haben. Und die Coins sind dann weg. Wisst ihr was? Ehrlich gesagt, ich habe noch nie davon gehört. Oder vielleicht Kryptopia. Ist das Kryptopia oder wo war das? Ne, das war Kripsi. Kripsi. Sie hatten Teilreserven. Und die waren gar nicht auf der Liste. Kripsi. Ich habe das schon lange vorher gesehen. Das war ganz klar zu sehen, dass sie kollabieren. Aber ich habe das nicht bei Kryptopia gesehen. Da ist mir nichts aufgefallen, dass da irgendwas schief läuft. Und ich weiß nicht. Ich wünschte, ich hätte das gesehen. Aber trotz allem. Mir ist aufgefallen, dass Kryptopia richtig zugrunde geht. Und ich habe das von Weitem schon gesehen. Ich kann mich dann erinnern, dass ich mit einem Freund diskutiert habe, weil ich gesagt habe, mir fällt auf, dass hier irgendwas nicht stimmt. Nein, nein, das ist in Ordnung. Sie können den Wert etwas anheben. Sie können die Gebühren für die Auszahlung etwas anheben. Das ist deren Geschäftsmodell. Und diese Person hat Ausreden dafür gesucht, für diese Exchange, derweil mir genau aufgefallen ist, was da schief läuft. Aber ja, sie haben eigentlich Teilreserven gemacht und haben uns betrogen. Und mir ist das aufgefallen auf dem API. Und mir ist das Ganze aufgefallen, als ich eigentlich eine Kauforder eingesetzt habe. Und mir ist aufgefallen, ich habe etwas gekauft zu einem niedrigen Preis. Und im Endeffekt habe ich dafür einen höheren Preis bezahlt. Und aus dem Grund, ich habe mir gedacht, warte mal einen Moment. Und dann habe ich die darauf hingewiesen, aber sie haben mich ignoriert. Also ja, ich habe sehr viel Betrug gesehen bei Kripsi, so dass ich daraus Schlussfolgern könnte, dass sie kollabieren werden. Und aus dem Grund, ihr müsst die Augen aufhalten, Teilreserven ist eigentlich, wo sie, sie wissen, dass nur ein bestimmter Prozentsatz seine Bitcoin auszahlen wird, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem Höhepunkt. Lass uns sagen, so wie es auch am 3. Januar war mit Trace Mayer, als er gesagt hat, dass jeder seine Kryptowährung besitzen sollte, und jeder sollte seine Kryptowährung von den Exchanges nehmen. Also an diesem Tag haben vielleicht 10% oder 15% von den Leuten ihre Krypto ausgezahlt. Also sie haben vielleicht eine Rücklage von 20% von den Coins und den Rest benutzen sie, um zu verleihen, um Zinsen zu verdienen oder damit zu zocken auf eine andere Exchange. Und ich glaube, das stimmt. QuadrigaX, sie haben das gemacht. Sie haben auf eine andere Exchange gezockt mit deinen Kryptowährungen. Also aus dem Grund, das könnte dich richtig ernsthaft verletzen, weil sie Geld verlieren können. Und dann, was willst du machen? Und wenn dann noch jeder versucht, zur gleichen Zeit auszuzahlen, dann sind sie effektiv pleite. Also du willst nicht, dass das mit dir passiert. Also geht sicher, dass ihr eure Kryptowährung selber besitzt. Nummer 4. Also das war Nummer 4. Ja, das war Nummer 4. Also jetzt kommt Nummer 5. Mächtige Leute, die wollen, dass Bitcoin scheitert, können ein Naked Short auf Bitcoin öffnen. Ein Naked Short auf dem Bitcoin Futures Markt. Also das bedeutet, ein Naked Short, eigentlich sind wir alle in einem nackten Short auf dem Futures Markt. Das bedeutet, du hast nicht die Bitcoin, um das zu decken, diese Shorts, oder planst nicht darauf, diese Bitcoin zu besitzen, um diese Shorts zu decken. Also, wenn du den Futures Markt richtig benutzt, was du machst ist, du sagst, ich bin ein Miner, ich möchte so und so viel Bitcoin produzieren, aber ich möchte einen festen Preis für diese Bitcoin genau jetzt. Also, ich gehe auf eine Exchange, auf den Futures Markt, und ich verkaufe ein Short genau jetzt, mit einem Vertrag, dass ich die Bitcoin in der Zukunft verspreche, die ich produzieren werde. Aber der Futures Markt, der jetzige Futures Markt, die Leute liefern nicht diese Bitcoin auf den jetzigen Futures Markt. Also, jeder ist eigentlich auf dem Naked Short, auch wenn du diese Bitcoin hast, in der Zukunft, oder die schon gehedged hast, weil du die schon gekauft hast. Also, die ganze Sache ist jetzt schon ein Naked Short, aber wenn du gar keine Bitcoin hast, und nicht daran planst, irgendwelche Bitcoins zu kaufen, dann bist du komplett nackt in einen Short, und das ist erlaubt. Auf dem jetzigen Futures Markt, und das ist erlaubt in jedem Markt, ganz besonders Silber und Gold, wo der Preis eigentlich unterdrückt wird. Aber die guten Nachrichten sind, der Futures Markt bestimmt nicht den eigentlichen Preis. Also, das ist nicht das, was den Preis angibt, zum Glück, weil eigentlich ist es der eigentliche Preis. Der Futures Markt, generell folgt einfach nur dem Preis, macht es nicht immer, aber manchmal oder meistens folgt er dem Preis. Also, wenn wir der Widerstand Bitcoin kaufen und aus dem Handelspuh extrahieren, werden wir schließlich eine Entkopplung des Preises von Papier-Bitcoin gegenüber physischen Bitcoin erzwingen. Ja, aber ich glaube nicht, ich stimme damit nicht ganz überein, mit diesem Punkt, weil die meisten Leute kaufen Bitcoin und halten es und die Leute auf dem Futures Markt, das stimmt nicht überein. Der Futures Markt drückt nicht den Bitcoin-Preis, überhaupt nicht und wir können das sehen in vielen Wegen. irgendwann wird es das wahrscheinlich, aber wenn es das tut, dann wird es ein trauriger Tag, weil der Preis von Bitcoin muss mindestens 100 Billionen erreichen, um stabil zu sein und in einem stabilen Bereich zu sein, so dass diese ganzen Mächte das kontrollieren können. Also, das hat noch einen sehr langen Weg, bis sie das kontrollieren können und da mehr Leute das als Geld benutzen und auszahlen und selber besitzen, aber das wird es schwieriger für sie zu machen, den Preis zu kontrollieren. Also, sie werden das nicht sehr lange durchhalten, aber mit Gold werden sie das machen können, weil es immer mehr Gold geben wird, das wieder neu dazu kommt, so dass sie helfen können, dass der Preis besser kontrolliert wird. Okay, jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, aber ich glaube, das ist die Nummer 1. Der Nummer 1 Grund, warum du deine Bitcoin von den Exchanges nehmen solltest, ich glaube, ihr solltet das tun, nur aus diesem Grund allein. Nummer 6 ist, wenn du nicht deine Coins in deine eigene Obhut nimmst, das bedeutet, wenn du sie nicht zumindest auf dein Handy hast, nur 100 Dollar, fang einfach nur mit 100 Dollar an auf dein Handy, sonst werdet ihr nie die Funktionsweise von Bitcoin völlig verstehen und das ist so wahr, nimm dir die Zeit und spiel damit, ich möchte, dass du 100 Dollar nimmst, mach es auf deine mobile Wallet und wenn du niemanden hast, mit denen du das traden kannst und mit denen du Bitcoin hin und her verschicken kannst, um zu sehen, wie es funktioniert, weil ich habe mich mit meinen ganzen Angestellten hingesetzt, die nie Bitcoin benutzt haben und ich habe gesagt, hör zu, download die Software und dann haben wir das zusammen gemacht und dann habe ich einer Person Bitcoin geschickt und die hat es zur nächsten Person geschickt und die hat es wieder zur nächsten Person geschickt und so ging es in den Kreis rum und sie alle haben die Realität gesehen, wie cool das ist und wie gut diese Technologie ist, indem man das eigentlich jemandem schickt, also ihr braucht es nicht erst an jemanden zu verschicken, geht hin und kauft euch einen Amazon Gutschein, in der BitPay Wallet gibt es die Option, einen Amazon Gutschein zu kaufen und dann geht hin und gibt es aus und dann könnt ihr sehen, die Kraft von Bitcoin und wiedermals, wenn ihr BitPay benutzt, geht sicher, dass ihr mein Video ansieht, in der Beschreibung von dem Video, weil das ist sehr wichtig, ich möchte nicht, dass ihr euer Geld verliert, weil ihr könnt eigentlich Fehler machen, wo ihr permanent euer Geld mit verliert und ich weise dich darauf hin, in diesem Video, also geht sicher, dass ihr euch das ansieht, danke, dass ihr alle geschaut habt und ich bin wirklich froh, dass ich diese Sendung gemacht habe, weil es gibt noch etwas, worauf ich dich darauf aufmerksam machen möchte, die Regierung wird deine Bitcoin nehmen von den Exchanges, Punkt, sie werden die Exchanges schließen und werden das alles nehmen, also das ist das Wichtigste, was ich sehe, was auf uns zukommt und wenn du nicht deine Bitcoin hast, wenn du sie nicht selber besitzt, dann ist es einfacher für die, dein Geld zu nehmen und wenn du es in deiner Tasche hast, du es in deiner Wallet hast, ob es in der Wallet ist oder in einem Hardware Wallet, dann hast du die Kontrolle von deinem Geld und du kannst weglaufen von deiner negativen Regierung, von deiner bösen Regierung, wenn du es willst, weil sie können dich nicht aufhalten, dass du dein Geld ausgibst, weil du es selber besitzt und das ist das Wichtigste, ich sehe das auf uns zukommen und das passiert immer wieder in der Hyperinflation und ihr seht, dass die Hyperinflation auf uns zukommt, ihr seht, was die Regierung macht, diese Inflation ist vorübergehend und seit wann ist es so, dass wenn die Regierung dir was sagt, dass das auch wirklich stimmt? Habt ihr je gesehen, dass ein Politiker die Wahrheit spricht? Und genau jetzt sagen sie dir, dass die Inflation nur vorübergehend ist und die Preise werden wieder runterkommen. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Ich hoffe nicht, weil das wäre sehr traurig, wenn du das glaubst. Okay, denkt dran, Bitcoin ist echt, Bitcoin ist hier, um zu bleiben und ihr müsst ein Teil davon sein. Ciao!